der letzte folgen haben wir das da oben gebaut wenn wir weitermachen wir haben schon da war ein bisschen gewartet ein bucket ja jetzt haben wir anledigt das kraft und koker krabbel also das war dieser topf die muss man gemacht haben den ab mit einer fackel und stein oder kompisten hinein um lava zu machen ich hoffe man sieht dass da unten ist eine einfache flagge fackel wir haben einen stern auf was ein bisschen unrealistisch ist aber es funktioniert nur noch mal zur erinnerung den haben wir das knochenmehl für die für den leben haben wir gesiebt er sieht man er sieht man ja das heißt er sieht okay gut dann kriegen wir dann halt ab und zu mal so eine knochenmehl raus müssen jetzt nicht unbedingt irgendwelche sehr jagen dafür dort haben wir gleich mit einem einzelne leiter können wir nicht weitermachen das ist eine punkt was wir bilder korrekt und generator gibt so viel erklärung dann es gibt innen nicht schwer zu bauen ich hätte einfach mal zwei blöcke rechtzeitig abbauen könnte er denn jetzt einfach mal bauen bei mir gibt es dafür welche materialien und du aber deswegen wenn man es ein simpler und normalen bauen bessere idee haben dass materialien und bewusst ja eher für smelting oder freue ich mich ja schon drauf alles ein glück der immer noch nicht aus den grund normalen vanilla na na ich hätte ein rezept für ein autosieb erbrochen so ne da brauchen wir ein audioklicker und ein richter abbauer kann man nicht bauen wenn wir das dann nicht haben also viele leute die ich jetzt gerade wieder neu zu uns sind aus geht immer alles das können wir noch nicht bauen dafür habe ich materialien das können wir nicht bauen dafür aber immer ja wir haben wir an anfang nur mit diesem block hier gestattet das ist unser 00 die in 60 tage alt ist kein problem das läuft er weiter und es ist schon ein jahr als sauber ist das eingestellt wie lange ist ein tag normal normal minecraft technik haben wir überhaupt etwas verbrauchen könnten automatische platzieren haben wir endlich schon rechte da ohne arg ich glaube nicht sondern netter alle weiteren viel glück haben noch nicht ja ja da war es glaube ich nicht mehr ich würde sie nur sagen und gut danke ja so eine ländliche band das heißt wir sparen auf den automatischen abbauer ja was auch wenn derzeit ist schon aber ich kann probieren dieser entnahme umwandler wandler den braun umwandler den könnte ich bauen dass man dann doof aus ich hoffe dass man das ganze dann neben feuer aufgeht ja eigentlich kein problem sagen keine nenne das als nächstes brauche ich als eisen tritt mal als koppel ja ein koppelsand aber dann habe 123 einmal kurz unterbrechen wie macht nochmann wie kam nochmann brauchen wird ich war noch mal von vorne wie sieht man muss ich kies sieben und diese nacken zu bekommen ein du das ding auch mal mit diesem hammer quasi noch mal zerlegen dann kommt sand dann jetzt noch mal zerlegen kommt staub und für diesen staub neun stücke und ich habe nur leider gerade keinen buchstein mehr weil ich brauche ihn gerade hier hinten alles klar also brauchen wir eine sehr viel erde genau also und diese neun dann zusammen und dann kommen wir wo ist das eine verschwendung ja aber auf der anderen seite kannst du damit auch wohl viel macht man kann damit mit alles mit erde anfängt oder mit dem baum schon brutal ich erinnere noch mal für unsere zuschauer die schon länger dabei sind an unsere baumfarben im letzten let's play ja ok das war ja überdrehen aber sie lief sie lief ich musste ja bloß die ganze schlacke da wieder entfernen ja das habe ich auch wieder übertrieben stellt hätte die dinger verarbeitet geworden das geht was habe ich denn daraus hergestellt eigentlich aus dem stelle schlacke das ist ein bisschen unproduktiver als ich dafür sicherer und tiefer ja ein keine keine sorge da kommt ja auch gleich dazu jetzt nur mal ich weiß man professorisch weil ich nicht genug materialien habe ja alles gut wie gesagt ich bin hier schon am baume farmen ok dann ist mein bisher kann man sich nicht da hinsetzen dass man nicht gleich kriegt hast du einen steinhammer ich steinhammer hast du stein da bitte hast du brot dann mach ich weiter so ok und jetzt kriegt man denn daraus auch diese sieben kriegt man da auch lebensmittel also nicht dass mein charakter nichts dagegen hätte die ganze zeit äpfel zu fressen das ist ja für die zähne und so ne aber wenn man er das sieht bekommt man sieht ich habe hier nämlich schon fast eine kiste voll mit sie ist erst als nächstes werden wir mal gucken dass wir ein feld anlegen juhu schon grassamen birkensamen dschungelsamen karottensamen melonenkerne jürbiskerne hast du eine koppel ja ich habe kommen über die lava nur zubauen wenn das springt das ja mal rein aber ich habe eine idee wenn du vielleicht so ja genau da oben vielleicht abprallt noch hier oben dann noch ein hin dass es nicht hier gleich drauf liegt jetzt ist er produktiv kommt da bringt mich da drüben ins wasser hin direkt zu dir aber immer abbauen ich sag's mal so zweit gleichzeitig ab wann ist er sowieso unproduktiv als einstig drauf konzentriert meint das meint ich ja vorher nur noch zwei hammer und wurde schon gut ja und das ding brauche ich jetzt nur noch wie viel eisen habe ich sagt 1 2 3 4 8 eisen und dann können wir einen automatischen abbauer bauen nur mal so kurz als frage irgendwie kriege ich das nicht ganz hin wie macht man noch mal ein automatischen abbauer bauen und dann ich habe ja erde ich habe ja erde rein rechtsklick machen also leute nicht erst du denn jetzt auch da hat das ding aber wir brauchen jetzt brauchen ganz oft recht den kies aus den kies müssen wir es nochmal machen dann kommt ein staub raus und den kompetieren also das ist mit 2 6 zukunft mit weit wegen müssen wir jetzt ein bisschen fahren hast du jetzt was an steinelemente oder irgendwie so heißen debatte stone pebble ja hab ich die nimmst du gehst hier zum crafting table und machst jetzt so vierer und vier wollen draus so und ja alles klar gut und damit sind wir auch durch ok leute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ciao